Ihr sollt doch nur ans Grundgesetz glauben! Wie bitte? Ihr sollt doch nur ans Grundgesetz glauben! Was heißt das ans Grundgesetz glauben? Was heißt das ans Grundgesetz glauben? Weißt du, was da drin steht? Ein bisschen. Ja, schau mal rein. Was heißt denn? Ja. Habe ich, habe ich, habe ich die Menschenrechte von jemandem verletzt hier? Ist jemand hier von mir verletzt worden? Also, ich muss nicht ans Grundgesetz glauben, ich muss mich an das Grundgesetz halten. Und wenn ich mich nicht daran halte, dann kriege ich mit der exekutiven Gewalt dieses Staates im Endeffekt Probleme. Nichts anderes. Nichts anderes. Das Grundgesetz nimmt selbst nicht von sich in Anspruch, nicht ein Absolutheitsanspruch für sich in Anspruch. So. Und das, was Sie tun, ist, Sie wollen dem Grundgesetz einen Absolutheitsanspruch geben. Und das ist gegen das Grundgesetz. Danke. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.